Leute, Season 16 ist wenige Stunden alt und ich bin gespannt wie euer Start war. Doch zunächst natürlich kommen wir erstmal zum Sponsor des Videos, denn das ist das zweite von insgesamt drei Verlosungen von 6700 Apex Coins. Und dieses Video wird unterstützt vom EA Creator Network. Ganz wichtig, die haben mir drei Codes zu je 6700 Coins zur Verfügung gestellt. Ganz wichtig nochmal, weil dieses Video auf verschiedenen Plattformen zu sehen ist. Diese Verlosung findet nur auf YouTube statt. Ich habe Kommentare mit dem Schlagwort Coins und der Plattform auf verschiedenen sozialen Medien bekommen. Bitte eure Kommentare nur unter das YouTube Video. Also wechselt im Zweifel, wenn ihr nicht auf YouTube unterwegs seid. Auf YouTube geht auf das Video, kommentiert dort. Ganz, ganz wichtig, denn nur auf YouTube werdet ihr als Gewinner gezogen. Da gab es leider ein paar Unklarheiten. Ich blende hier nochmal ganz kurz die Liste ein, auf was ihr achten müsst. Geht ganz schnell, abonnieren auf YouTube. Ich kontrolliere natürlich den Gewinner. Ein Daumen hoch wäre schön. Ein Kommentar mit dem Schlagwort Coins. Wisst ihr jetzt mittlerweile vom letzten Video. Und schreibt in dem Kommentar, auf welcher Plattform ihr spielt. Ganz wichtig, Playstation, Xbox, PC oder Switch. Und bei dem nächsten Video ziehe ich natürlich wieder den Gewinner. Und der Gewinner hat dann, ich sage mal, 48 Stunden Zeit, nachdem ich ihn gezogen habe, sich bei mir zu melden. Auf Instagram sich als Gewinner preiszugeben. Weil wenn der Gewinner sich nicht meldet, dann ist der Code offen. Und dann werde ich natürlich schauen, dass ich vielleicht in irgendeinem Folgevideo den Code nochmal raushaue. Das sollte klar sein. Coins natürlich hier 6700. Das hatte ich schon erwähnt. Und jetzt kommen wir zum Gewinner. Herzlichen Glückwunsch und aussprechlicher Name. Und zwar LXFFMDD. Coole News. Immer aktuell. Starker Typ auf jeden Fall. Coins kann jeder noch gebrauchen. Spiele auf PS5. Also herzlichen Glückwunsch an dich für die 6700 Coins. Und viel Glück an alle weiteren, die noch versuchen zu gewinnen. Ich möchte nochmal sagen, das ist nicht das letzte Verlosungsvideo. Ich werde nach dem dritten regelmäßig, welchen Zyklus ich da haue, wöchentlich oder alle zwei Wochen, einmal im Monat, müssen wir mal schauen, möchte ich Coins raushauen auf YouTube. Und es wird demnächst in meinem Livestreams auf Twitch ausschließlich auf Twitch, nicht über YouTube Videos, werde ich ein bisschen Merchandise verlosen. Da bekomme ich noch ein Care Package, könnte man sagen, oder Goodiebacks von EA zugesendet mit Cappies, T-Shirts und so weiter und so fort. Die werde ich ausschließlich auf Twitch verlosen. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die Live Reaktion. Und das ist nämlich auch eine feine Sache, als ich schon mal ein Aim-Controllers-Verlose-Gedöns gemacht habe. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt auch gerne in die Kommentare von mir aus mit eurem Schlagwort-Plattform und so weiter. Wie war euer Start? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin positiv überrascht. Ich hatte keine Probleme. Ich kam nur in die Firing-Range nicht rein. Ich kam einfach nicht rein, um alle Neuerungen mal in Ruhe zu testen. Aber ansonsten kein Packet-Loss, keine Server-Probleme. Erstaunlicher Spitzenstart. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr zu schreiben habt. Jetzt halte ich meine Klappe und bin gespannt auf den nächsten Gewinner. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.